Eben! Hallo, hallo! Ein weiteres Follow-me-A-Round. Frankfurt kommen wir. Das ist unser jährliches Ritual. Ein Muss für jeden Haftbefehl-Fan. Wie mir. Ja, wir gehen nur wegen dir. Wir gehen nur wegen dem Haft, wie du das siehst. Ich rolle mit meinem Besten. Ich habe die Tafel aus dem Zoo geglaubt, wo der Gasherr der Lauf von mir ist. So ein Insider. Eben! Wir sind ankommen aus dem Altair Hotel Urti umzugehen. Leislich wie ein Kalb. Ja. Besten Lagen holst du dran. Das Bad. Du hast gleich grosses Zimmer, aber das ist auch nicht so schlimm. Ja, aber es kann aussehen, dass es ein Zeugzimmer ist. Du, du bist im Badzimmer. Du, du bist im Badzimmer. Du bist im Badzimmer. Du bist im Badzimmer. für dich. Ich fahre viel zu tun. Die Rautrapp ist so lange, wie ich in der Zoo in der Schweiz versperrt habe. Ohhhh! Die Rautrapp ist so lange, wie ich meine Abschlussbrief in Logistik habe. Ohhhhhhh!!!!!!! Lass uns langsam an. Ich freue mich mal, wenn ich komme. Ich bin Personal Trainer. Ich bin immer fit. Schau, wie das aussieht. Ich mache jetzt neu. Das ist jetzt für die Trizeps. Ich bin Fitnesstrainer und Coach. Ich werde ganz schnell drehen. Da ist die Wirkung weg. Da drehen ich jetzt einfach noch die Beine. Ich bin ein Biologe. Weisst du es ist? Es ist auch Wasser tief. Weisst du es? Sehr schön. Nicht hören soll. Nein, aber merkst du nichts. Die Aussere Mann geht durch die Schraube schwer. Weisst du es nicht? Ah ja. Ah ja. Siehst du es so? Das ist doch der Wind oder so. Ja, der geht aber raus. Wir haben vorhin in Frankfurt eine Schlange gesehen. Da sind wir eben hinten angestanden. In Frankfurt liegt ein Haus und ein Bild. Ein Bild und ein Leit. Ein Bild und ein Leit. Wir sind total so teuer. Wir haben einen guten gemacht. Wir haben immer noch ein Bett für zwei Sekunden. Und auf Leiss und Wasser musst du suchen. Das erste Mal zusammen mit dem Dings. Wir nehmen noch ein Glück. Wir haben einen Aufmerksamkeit. Wir haben einen Geist. Wir haben einen super lowen Team. Wir haben einen guten Weg, nicht mehr zu uns. Wir haben einen 하기itten. Wir haben mit dem Alten. Wir haben einen Kumpel. Wir gehen jetzt ab ins Casino, Roulette, und so lustig ist, die Post muss Schuhe mieten für 3 Euro, wo wir nur sportliche Schuhe dabei haben. Schau schnell, ob wir diesen Schuhen in die Müsse nehmen lassen. Den Schuhen lassen wir auch keinen rein, das ist ganz klar. Essiges im Casino. Er hat riesig angefahren. Weisst du, jetzt fährt im Moment, wenn man das Fenster öffnet in einem Hotel. Er ist der Grillmeister. 10 verdammte Euro. 10. Er ist schon etwa 6 Stunden hier. Ich habe schon 5 mal Taxi gefahren. Und schon 8 mal gegessen. Das ist schon ein Grund, warum wir hierher kommen, dass ich Taxi fahren kann. Ich liebe Taxi fahren. Wenn man etwas schenkt, kann man eigentlich mit der Taxi fahren. Wir machen auch 5 Stunden hier. Ja, man kann auch so hier am Morgen um 4.00 Uhr noch Fast Food haben. Wir haben Pizza. Wir haben noch nichts mehr gesehen. Aber Pizza kann ich nicht machen. Dann ab ins Bett. Oh, Kohle! Wir haben uns noch in Brühe gekriegt. Brühe? Frei Palestina ist schon hier vertreten. In Frankfurt. Wir gehen jetzt in All You Can Eat reinbegeben. All You Can Eat für 8 Euro. Ich will glänzen. Ich bin scheinlich. Und ich tue als täte nichts weh. Danke schön. Und dir gerne alles zeigen. Ich bin ein Eisberg auf der See. Samstagabend, Frankfurt. Halb im Bett liegen. Ich bin entspannend. Oh, die Nucknäse. Ein bisschen Dösen. Schnappenabend. 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 Er hat nichts angeschrieben. Er macht auch bei jedem etwas andere Preise. Wie könnte man sagen. Letzte Nacht. Drei Monate ist es so weit. Bei mir kann es jeden Moment kommen. Du bist ja auch noch intensiv. Ich bin natürlich alles fachgerecht und so. 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 Erstmal noch helfen. Und hier. Ich habe drei Wochenstrahl gehalten. Ich bin sicher. So. 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 Bis zum nächsten Mal.